Heute zum Special Donnerstag, das ja, das Multi-Pack und dazu zwei Booster. Deshalb Special Donnerstag, der Scout-Kanal. Und heute, wie ihr schon gesehen habt, das Multi-Pack, so kann man es besser sehen, von Star Wars Rebels. Ja, mit der limitierten Auflage, Sabine Wren. Ja, und Multi-Pack und dazu zwei Booster. Ja, hier hinten steht ein Multi-Pack, nichts Besonderes. In der Schweiz kostet es 7,50 Euro Franken. Ja, dann machen wir das gute Ding mal auf. Ich habe keine Schere dabei. Brauche ich auch nicht. Das gibt es ganz einfach ab. Zur Seite. Hier haben wir das wunderschöne Ding. Oh mein Gott, geht es schwer ab. Die Sabine Wren. Jetzt haben wir es. Hier ist die gute alte Rebellion Rebell. Sabine Wren. Einfach doch epic. Wartet mal kurz. Oh fuck ey. Das Ding holen. Das habe ich schon gegessen. So, mein Gott, mein Gott. So, mein Gott, mein Gott. Sabine Wren. Also, die wollen ja für mich schon auf. Mein Gott. Okay, zur Seite. Ne. Stell ich hin. Ich hoffe, das hält. Ja. Dann haben wir hier schon die... mehr oder weniger schönen Booster. Dann haben wir hier das erste Boosterchen. Dann machen wir das mal auf. Okay. Imperium Pilot. Oh, schau, wenn ich da... So, dann haben wir hier ein Wookie. Dann ein... Sternen... Pencilor Shuttle. Ach, die, die mit C3B und RZDZO damals. Marke Tour. Oh, und ein Puzzleteil. Okay. Dann... Oh. Gerade den. Den habe ich schon leider. Dann machen wir das nächste Booster. Spielerleitung. Diesmal keine zwei Spielerleitungen. Dann haben wir hier ein Rebell. Der Nier. Dings. Ja. Puzzleteil. Ein ATDP-Kampf. Läufer. Ein Puzzleteil. Hier kann man noch sehen. Sepp. Sepps Arm. Und den Pilot Nier. Der hier steht. Okay. Und der Rebellion-Rebellist. Oh. Geil. Chopper. Das geht nochmal neu machen. Alter. Chopper. Den habe ich noch nicht. Das freut mich sehr. Booster Nummer... Uch. Drei. Boah. Und der Rebellion-Attacks. Ein Imperium-Soldat Dann hier ist Beta-Bikes, der Stormtrooper Oh geil, den wollte ich haben Der Inquisitor, geil Dann ein Puzzleteil Und der T-Fighter Dann der Imperium-Soldat Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt schon hab Ja, den hab ich schon Oh Mann ey Dann Puzzlet Nummer 4 Imperium-Fahrzeug Oh, ich will mal hier einen Rebell wieder haben Ein nützlichloser Stormtrooper Der Vita, ein Stormtrooper als Dings-Puzzleteil Ein Pilot-Droide Oh, hübsch Das ist wie ein Ren Simperium-Fahrzeug, oh yes Das hab ich noch nicht Freut mich Ah, TDP-Kampfläufer Das freut mich sehr Oh, der letzte Booster Das ist hier Multi-Packs Mit Sabine Wren und Hier Dings vorne drauf Boah, geil Boah, ein Rebellion-Rebell Spieleleitern übrigens Oh, ihr guckt, Alter, oh Gott Erster Bittger und Cera Leones Hera Syndulla und Zep Zusatz-Power Und Hera Syndulla und Zepin Wren Zusatz-Power Also Zusatz-Power Zwei Stück, soll ich sagen Boah, geil Hera Syndulla Boah, geil Das ist geil Das freut mich sehr Da kommen wir zu den zwei Extra-Boostern Deswegen ja Special Ja Ja, was ist ein Diller Geil Boah, Wiederspielerleitung, Alter Übst, viel davon Boah Wie scheiß Fahrzeug Können sich aussparen als Als Special-Karte Ach, der wieder so komisch guckt hier Der Miles Grint Cera Leones Boah, das habe ich doppelt Den Inquisitor Und ein Puzzleteil Fahrzeug Boah Imperiale Flotte Geil Die Imperiale Flotte ist geil Letztes Booster Ja Was ist denn hier jetzt los? Jetzt Boah, zum Schluss nochmal Rebellen, Rebellen, komm schon Geil Zum Schluss noch das Beste Die Ghost Belogana Belogana Das Lied ist alle Aber naja Egal Belogana Und noch ein Strike Force Jetzt kommt's Der Inquisitor Oh, wie geil Als Glitzer Karte Als Glitzer Karte Star Wars Glitzer Karte Oh, wie geil Oh, wie geil Alter, wie geil Ganz zum Schluss noch das Beste Ganz zum Schluss, ne Ja Voll geil Voll geil hier aber ich mache hier heimlich wenn die weg sind let's play videos werden kommen und ja dann sage ich bis morgen zum star wars neben dem tag zwei tag dann sag ich tschüss bis morgen das karl bä